Heyo, Freunde, und willkommen zurück zu Digimon World mit Gina, dem großen Tyrannosaurusmon. Tyrannomon meine ich, nicht Tyrannosaurusmon. T-Rexmon. Ähm, oh, es ist Nacht. Wir? Ich habe überlegt, ob wir vielleicht daraus einen Greymon machen, aber... Äh, einen Metall-Greymon, aber der braucht fette Werte dafür. Und gerade jetzt bei uns, wo wir ja auch am Anfang sind, sollten wir uns eher darauf konzentrieren, dass wir, ähm, dass wir, ja, oh nein, der zu Hunger, dass wir uns auf den Stadtbau konzentrieren. Wenn wir Palmon bekommen, kriegen wir nämlich bessere Steaks. Das heißt, jetzt haben wir nur normales Meat, und ich glaube, mit Palmon kommt dann das Next Größere und dann mit Vegemon das Filet, glaube ich. Also das Fetteste. Guck mal, wie viel er frisst. Gina, du frisst so viel. Oh, die Ad. Guck mal, zwei Fleisch und ein Pilz. Ich habe immer noch Hunger. Ich würde ja nicht sagen, dass du sterben sollst, Gina, ne? Aber ich bin dafür, dass du dich wiederbelebst. Du frisst mir alles vom Kopf weg. Er ist immer noch hungrig. Erst wenn er seine Pose macht, dieses Schreien, dann ist er nicht mehr hungrig. Da. Alter, du frisst zu viel. Komm, ich den Palmon holen. Hoffentlich schaffen wir das. Und ich meine nicht wegen dem Kämpfen, sondern wegen dem Fressen, ey. Oh, lol. Wormon. Wormon. Digitiert so. Sting, man. Wie ist der Kerl, aber der mit den schwarzen Haaren da. Wie ist der Ken oder so? Und der hatte halt so einen Wormon. Und das hatte voll die hohe Stimme, ey. Wormon. Digitiert zu. Super Stingiboy. Na, Wormon. Modoki, Wormon. Es gibt immer so Replikationen von Pokémon. Digimon, denke ich mal. Und die heißt dann einfach Modoki. So wie die heißen, wahrscheinlich Modoki, Digi, in Formen, Shit. Genauso heißen die. Ich schaue, ob die Pilze sind, weil Gina hat ziemlich viel Hunger. Und ich glaube, wir können bis jetzt noch gar coolen Wormons Bett. Warte mal, was? Ihr seid nicht coolen Wormon, hier weg. Wenn man mit einem Rookie Digimon, also nicht, jetzt nicht Baby Digimon, sondern Argonon Gabumon. Ne, gar nicht. Mit einem Baby Digimon. So, Tsunomon, Yoko, äh. Tok-Tok-Togomon, to-tä-tä-tä-tä. Ne? Ihr wisst, was ich mein. Dann im Kunomons Bett schläft, besteht eine Möglichkeit von 50 Prozent, dass sich dein Digimon in Kunomon verwandelt. The more you know. I said on the floor! No, 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 no. Let's go! Ja, Gina! Du bist... Oh, shit. Gina, betäuscht mich nicht, du bist vergiftet. Habe ich irgendwas gegengiftet oder so? Lol, nein. Yo! Los, Gina, fertig. Mach Paimon fertig. Und hauen Paimon mit der Fresse ins Gesicht. Was hat er gerade gesagt? Noch einmal. Gib nicht auf, es wird noch viel geschehen. Gut gemacht. Ja, da. Ja, da. Sehr gut gemacht. Paimon ist nicht mehr Brainship. Brainship. Brains. Fürs Brains. I hate fighting. In that case, come to the city. Hook, hook, city boy. It's peaceful there. The city? Sounds like fun. I'm Paimon. You find me useful. Ja, Schlendermal aufs Heite. Ach, sie gut gemacht, Gina. Wow, a Brainship. Damit kannst du dir einen Hirn einpflanzen. Lol. Okay. Mal mit 50 boosten. Genau wegen sowas habe ich mir gedacht, dass wir erstmal den Champion hier, also Gina, ein bisschen abusen. Mit dem, oder mit ihr halt so viel wie möglich machen und dann mit diesen Chips und sowas uns einen Digimon halt boosten durch die Stats, ne? Ja, noch gar keine Angel. Kommit. Und du wirst sehen, es wird geschehen, wir werden siegen, Ginn. Guburimon? Lol. Und jeder hat Wunsch für den Namen zu gehen. Nein, Gina. Denn wir kämpfen für den Sieg. Gib nicht auf, die Werft mit Scheiße. Und du wirst sehen, es wird geschehen, Gina wird siegen, lauterin. Toll. Hey! Lass sie mal aufstehen. Attack! Das ist unfair, das ist Dunblock. Hey! Kann ich keine, keine Pausen schicken, ey? Wo pisst du denn? Oh, lol, man kann Leben anzeigen, was? Wo, 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 wo? Gina wird sterben. Wir werden sterben. Warum ist Guburimon da? Wer ist Guburimon? Sieht aus wie ein Wannabe-Ogrimmon. Königsfaust! Kaiserfaust! Attack, Gina! Jawohl! Gina, du bist gut! Hau rein! Ja! Oh, shit. Oh, shit, 300 Leben. Alter, das war's. Noch so ne Bombe und bis am Arsch, ey. Go, Gina! Jawohl! Jawohl! Go, Gina! Nein! Gina, boi! Jawohl! Jawohl, wir einen haben wir! Go! Gina, bitte! Nein, du bist im Dirt-Modus. Nicht Dirt! Nicht Dirt! Durch diese fremde Welt. Was machst du da? Du musst es mir sein Bestes geben, als... Ja! Und du hast jemanden, der zu dir hält, der nur die Zieger sagt. Ja! Die Gina hat's drauf! Und bleib' Freunde! Fickt euch Gopurimon! Hurenkinder! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Erfolge ich's da. Mein Dirt muss weiter gehen! Gib nicht auf! Let's nur noch viel geschehen! Oh, shit, du bist injured! Oh, perfekt, ey! Oh nein, du bist injured! Was mache ich denn jetzt? Du hast gut gekämpft, du wild! Oh, lol, das ist noch ein Gopurimon. Ach, ich bin da wahrscheinlich einfach reingelaufen aus Versehen. Kann das sein? Ich kann dir nicht helfen, Gina! Und du wirst sehen! Du bist injured! Habt ihr's gehört? Das war mal mein... Katoro wieder diskonlektet. Nein, das ist ein Pilz! Aber da gehen wir jetzt nicht hin, du hast nur noch 90 Leben oder so. Aber du hast zwei Gopurimon fertig gemacht, nice! Und du wirst sehen, Gopurimon verstehen, wir werden siegen, glaubt da! Wie schön, die halt so eine Anzeige haben, ne? Gigi Mon hier lang. Ja, ich weiß, dass du ein Pflaster brauchst. Wir gehen jetzt zu... Po... 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 Paramon. Wir haben leider noch nichts, der Tauromon, der mit seiner Klinik dahinter kommt. Und du willst schlafen? Alter, was los mit dir? Komm, wir gehen, dass wir schlafen. Schlaf, gehört! Geh weg, Modoki, Wormon. Ja, keine Chance, wie schlafen habe ich jetzt. Jetzt werden wir gegängt. Von hinten, in den Arsch. Das ist ja Betamon, oder? Hö, Wormon am Tag. Das ist ja... Ich saust mich terrieren. Ja, komm mit. Ich kann nichts dagegen tun, dass du injured bist. Wir haben leider noch keine Klinik hier. Tut mir leid. Wir waren ja gerade auf dem Weg, aber dann hast du ganz heldenhaft zwei Gopurimon getötet. Oder bist du so geschlagen, dass sie weggelaufen sind, wie kleine Pussy sein. Komm, wir gehen zum Poliomon. Weiß der Poliomon? Poonimon. Ja. Bitte, sei jetzt ausgeruht und hab keine Enduring. Shit mehr. Shit! Gina ist sick! Nein! Gina, du wirst sterben. Nein! Du bist... Du bist krank! Nein, nicht sterben, Gina! Das ist Palmon. Hallo, äh, sorry, meine ich. Palmon gibt mir Fleisch, Fleisch, Huck, 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 Fleisch, Huck, Huck, Huck. Gimmi, Gimmi, Gimmi. Giant. Nein, Gina, nicht sterben. Komm, Gina. Hier ist normalerweise die Klinik von Centaurum. Das weiß ich alles noch von früher. Ja, wir können jetzt nichts machen für Gina. Gina muss alle erschossen werden wie ein Elefant. Aber wir gehen und wir lassen Gina noch ein schönes Leben haben, bis sie stirbt. Wir lassen jetzt noch ein bisschen die Sau raus. Nicht gegen Betamon. Betamon ist unserer nicht würdig. Digi-Mashroom! Gina, ich kann sie dagegen tun. Ich weiß, dass du krank... Ah! Shit. Denn wir kämpfen für die Sie! Ciao! Wenn dir etwas daran liebt. Und du wirst sehen, es wird geschehen, was war denn das und dann... ...dann... 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 Yeah! Ohoho! Ich hoffe, die Träpfchen, ey! La la la! Fick dich, Palmon! Stun... ...dann... Oh, fick dich, Palmon! Stun... Oh, shit. Ja, da! Ups, oder? Was machen wir jetzt? Hau ab! Ich so stelle. Gina, ich weiß, du bist jetzt sterben, ne? Aber... Du hast Hunger? Okay. Den letzten Wunsch erfülle ich dir noch. Giant Meat! Guck mal, wie lecker das aussieht. Wird sie geil war? Ja, das ist was. Ich weiß, was? Ich weiß, was ist noch ein bisschen Fleisch. Hier. Ne. Fühl dich, fühl dich gut. Du hast immer noch Hunger? Zum Glück stirbst du das Wasser. Hier. Nur noch ein Pilz. Jetzt muss aber genug sein, ey. Bist du behindert? Okay, ein Fleisch noch mehr gebe ich dir nicht. Dann kannst du vor allem noch Hunger. Ne, okay. So wird die Kranke, Gina. Du und du bist krank. Passt in mein Schrank. Wir werden... Werde, Simon. Aber das ist ein falscher Veggie. Das ist ein gefälschter. Shiny Veggiemon ist das. Oh, noch einer. Ihr Veggieboys, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung von uns, was wir hier machen. Was wir hier leisten. Hier oben ist Etemon. Ne, Elecmon ist hier oben irgendwo. Kennt ihr Etemon noch? Dieser Affe, der mit dem... Der die Gäste so gesungen hat. Dieser Affe, Elecmon oder Ete? Etemon, Etemon war das, glaube ich. Etemon, ne? Der ist da oben. Und wenn man da irgendwie was macht, dann fällt der runter auf deinen Kopf. GoBorimon. Und macht dir voll Schaden. Und dann beginnt ein Kampf. Und der ist der Welt Ultra. Oh, GoBorimon. Die Musik ist besser. Wo ist China, Mann? Äh, China, Mann. Töte GoBorimon. Dafür hast du eine Brüder, die angetan haben. Zwei gegen eine. Ja, hau um. Wer macht? Kleine Flamme! Kleine Flamme! Hör auf, ihr kennt Flamme, ey. Hör auf! China macht es, oh yeah. Sie wird bald sterben, oh yeah. Und du wirst sterben, und ich werde weinen. Und hier ist der Dragon I like. Schei... Hei... 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 Na, 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 na. Ne, na, na, na. Ne, na, 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 na. Ey, komm! Scheiß zwei, GoBorimon immer, ey. Äh, das schaffen wir nicht. Egal. Du musst dein Bestes geben, also sagen wir, du hast jemand, der zu dir hält. Ihr scheiß so hoch, wie man, wer mit Scheiße, das ist unfair. Ihr seid doch behindert, nicht ein Kind, ihr seid behindert. Ich fresse euch auf. Du weißt genau, wie das so weitergeht. Gib nicht auf, es wird nicht viel geschehen. Und jeder Wunsch, der darf nicht so gehen. Laut nicht weg, mit dir, es wird nicht viel geschehen. Gib nicht auf, wenn dir was daran dient. Und du wirst sehen, es wird nicht geschehen. Du bist... Steh auf! Attack! Attack! China, warum? China! die erste zählte ich will den palmer total verloren das hält auch nicht zwei gobo riemann was solche machen die sich hätten wir noch ein bisschen mehr leben schüttlich die stimmt die clown immer was wenn man stirbt hat mir meine mp ist gestohlen was für ein bad es ist so dass das kann ich kann nichts machen ich kann ich nur erschießen oder möchtest habe ich auch schon was willst du von mir doch immer sagst du musst scheißen ist auch egal eigentlich du hast eine erkältung also erkältung machen jetzt kommt der dinosaurier vor ich weiß dass du krank bist genie was soll ich dagegen machen dass ich eine spritze geben ich habe keine spritze hallo coole mann hast du eine spritze in einer ich habe die die mann brücke ist immer noch kaputt oder ich glaube wir müssen erst mal eine angel haben wo finden wir da oh shit du scheiß betamon guck mal dahinten der das war ich will nicht gehören der ist weggelaufen ein dinosaurier irgendwie sieht die betamon aus wenn sie umfallen wie diese süßigkeiten die unten so eine weiche vor die man immer im mund dann umdreht und dann ist das so weich lecker wir werden siegen scheiße bekriegen lol 300 leben betamon geht ab betamon weiß wie der hase läuft du hast erstmal zwei gegen eins gekämpft davon hast du die flucht beschlagen mit deinem so warum lassen die nix fallen für mich nix fallen kommentieren wir zeigen der welt unser wahres gesicht naja wir brauchen eine angel das weiß ich die zähne noch irgendwie weiter kann man irgendwo anders hin mein fake ja das ist gut das gut wir müssen hier nämlich angeln eigentlich und müssen uns hier steht den schatten genau das ist tollmann krillmann oder so hey hey did you come to see me yeah haha that is that so the bridge upstream is broken and you want to go across right yeah das ist gut weil wir nämlich rüber gehen und dann zur dc brücke ist die dc brücke nämlich repariert das heißt wir können dann einfach schnell ja 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 los die radumont plus einfach ins wasser die dicke spaß ist nicht das wort needs more team let's meet again oh shit jetzt springt die darüber ist mir egal du bist penguin mann ich will ich nicht hier kann was machen glaube ich doch nicht wir müssen so die brücke china geht was ich will hier eine schöne zeit geben so lange noch lebt ja ihr bricht gehört übrigens mensch einfach ein bisschen ein bisschen zappeln lassen hier so und dann nur so habe ich noch nicht olybälder aber der dreller lebt die bimont lobomont ich weiß gar nicht wie die bitte wieder weg zur dings war zur dc brücke lass mich bitte durch aber hier finden auch zentau rum und glaube ich oder war das so over der das wort sagt mir gerade wenigst und die musik wie selder kommt lade musik schon da übertreibt eure lage nicht geniehlern aber china aussieht ja china schweiß zu krank ist aber das ist diese villa ich erinnere mich dass diese villa das ist so ein da wo er wo barken und ist versteht aber ich war noch mal die war denn noch mal barken und fragte ich dann etwas aber auch so eine komische sprache also mit so punkt 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 fragezeichen punkt 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 außen bezeichnen so was aber wenn das richtig macht von barken und die stadt dieses geistige minister war das parken und so viele fragmente die sich nur durch sehen dann wieder in meinen hirn wo riemann in meinen hirn manifestieren hier kann man doch mal lang irgendwann findet mir irgendwas relevantes ich glaube zentau rum und war in so einer arena wo man sowas rätsel lösen musste oder so ich weiß gerade nicht mehr hallo wer die mons aber fällt mit ihm auch hier ist auch der richtige glaube ich irgendwo der echte ist grün war sie finden auch irgendwo betamon also den richtigen betamon der auch in die stadt kommt hier war das kann sein dass er hier später irgendwann steht diese spiegel das ist echt wenn man so etwas lange also seit kindheit immer gespielt hat und dann irgendwann wenn man so erwachsen ist noch mal spielt allerdings in manchen sachen wenn du was anguckt jan mammon dann brennt sich dir sofort so ein bild in den kopf rein zeig was du kannst jan war stärker auch der rasend schwickle energie diskuss ja manchina du hast mehr initiative du bist fischfutter du bist so fischfutter jawohl du bist nur die kraft in dir die dich weiter teilen durch diese fremde tropical juggle du musst dein bestes geben also sei bereit doch du hast jemand der zu dir hätte wir werden sie es ein wir brauchen wir gehen durch die kunde wir geben die auge der stadt stark und bleiben Freunde bis das Zettel dieser Welt ich habe rausgefunden wie ich direkt von anfang an wieder machen kann das cool obwohl das scheiße wollen wir das von Anfang an haben du weißt genau die reise muss weitergehen jan mammon hast du weggeschickt ja und niemand wird uns wenig quere stelle ja lex lauft nicht weg denn wir kämpfen für den sieg gibt nicht auf wenn dir etwas daran liegt und du wirst sehen china verstehe und wir werden sie gut mangrove region mein jücken rückt du scheiß motoki betament hier ist auch der richtige betamon irgendwo der ist auch dunkelgrün nix da und wir haben sie nicht Ja! Ja! Oh, oh! Ja, 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 ja! Oh! Ja, 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 ja! Bist du den Kaffee in dir? Liege ich weiter zurück durch diese frage Welt. Du musst dein Bestes geben, also sei bereit, doch du hast mein Herz, der zu dir hier hält. Wir werden Sieger sein. Wir haben es draußen gegen die Kunde. Wir gehen auf, wir werden stark. Und bleiben froh, bis ans Ende dieser Welt. So. Ja! Ja, Gina, okay? Ich hab schon Ja-Ta gesagt. Modoki lässt was fallen, glaub ich. Modoki, Beta-Monterrupt. SM Recovery! So ne Maso Recovery. Von der Peitsche. Oh! Oh! Erstmal ein Pflaster. Ja, Gina, geh auf den Weg. Stell dich nicht so an! Bist du nicht ganz zeitkrank, also. Langsam muss ich dran gewöhnt haben. Da! Richtiger Vita-Mon. Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Something came back to you. Ja, das ist... Okay. What? I used to live in the city. You smell like the city. Wow It's scary. I left the city and lost my memory, but thanks to you remember everything now, okay? See you later mate Und bitte mal in der Stadt Was gemacht, Betaboy? Betaboy! Ja, ja, ja Trollpickl Dschungel LOL 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 Geh weg Ich hab was gefunden Geh weg von mir Du Yeti Lucha, 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 Lucha Jetzt sind wir wieder am Ausgangsort, oder? Aaaah Nur die Gegner haben sich verändert Ich will endlich die Digibrücke finden Oh, lol, dunkles Patamon Weiß Digibrücke Mein Digimon mag mich nicht mehr Jawohl Repariert, oder? Oder? Yeah Aber geht zurück in die Stadt Loi Einfach mal repariert Was Вы Geh weg von mir Ausgangsort Alph Dallas Ich weiß dass die neue Hash Já uhr das ist ein bisschen und weil sie die boeys die die doch die die motto wie 5 tage ja okay ich glaube ich werde die aufnahme mal hier bis zum nächsten mal